hm, hm Es hat funktioniert! Und die Fleck war auch noch dabei Mit der Bola Mit dem Schild Werden nie erfahren, was ich für ein Emote hatte Ja, ich bin da gut gemacht mit der Hulda, ne? Ja Das war gar nichts Ja, guck, ich habe nie mit mir sitzen lassen hier, ne? Musste erst mal einen Raider auspacken Auch interessant, Arne Letzter mit 10,3 Ist auch wichtig, ne Also, so sehr die das Rache System auch nicht im Griff haben, die haben das Punktesystem auch nicht im Griff Hehehehe Pfff Du, Captur, Zone A Ja, Lost, Zone C Mieser Dingle Mieser Dingle Miff 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 Achtung! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was für ein Bullshit war das denn? Das war's für heute. 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 Das erlebe ich aber nicht mehr. Das erlebe ich aber nicht mehr. Das war's für heute. 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 Wow. Wow. Das war's für heute. 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 Hey, das war's für heute. Das war's für heute. Hey. Das habe ich noch nicht gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.